hallo und hallo willkommen geworden bei euch auf video wir gucken natürlich wieder rein noch heute neues gibt wie immer leute und noch geht es so wir haben natürlich immer noch die aggas charakter sind immer noch vorhanden so natürlich die piratengassen immer noch vorhanden ok wir haben neun im opi auch mal hoch rein ok ok so gerne haben wir natürlich dieses paket hier wieder zurück die der gamme ich glaube die gamme war selten aber wir gucken mal nach liebe Freunde wir gucken mal nach was meine webgeist wieder hat ok ja da ich auch die war geil dieses bange waculest vor 250 tage ins shop jetzt ist es wieder nach 250 tage lange nicht im shop bewegen aber es ist jetzt wieder gar liebe Freunde taugen taugen 200 die was bezahlt nur was ihr bezahlt keine ahnung weil ich habe die latino gesett bezahlt wegen ja kann natürlich alles auch einzeln kaufen eingekommen 200 tage bis 200 tage bis 500 tage und die latino 300 tage so weiter geht es über folgende mit die netten männer hier ja die netten männer die waren auch länger nicht im shop gewesen die waren cooles vor 237 tage ins shop ja die gespannte war cooles vor 237 tage ins shop gewählen kann alle einzeln kaufen 800 bibas kostet einer und die blitzkarte kostet auch 800 bibas also die waren selten sind aber jetzt wieder gar bei kgs die fußballcharakter waren natürlich nicht selten die waren vor groß nachgabe wissen wir alle ja deshalb brauchen wir gar nicht drauf eingehen die waren doch vor groß nachgabe ja vor groß nachgabe ja vor allem gleich kage waren geht ins shop gewählen also die waren nicht selten die fußballer ja so danke musikkacke interessiert niemanden ok das aukowakon gungelassen mal kennen wir nämlich schon aber dieses aukow ist das neu ich glaube ja ja dieses aukow ist neu aber es treibt nicht erst neu an ich bin mal dieser hat es neu aber ich habe gestern noch nicht in den shop gegeben ich kann gerne mal kommentieren Leute aber ich finde das aukow ist neu ich kann mal gucken ich mache mir ja immer an ich habe das neue aukowakon hier gucken wir mal Okay, Leute, wir gucken mal nach, liebevollen, ach ja, 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 mal gucken, Leute, ob das Aukon neu ist, das Wacko, ich zeig, das Aukon, nee, das ist nicht neu, das Wacko malen, ich hab Kalka mehr an, okay, das ist nicht neu, ein Fehler von mir, das Wacko malen, ich hab keine Ahnung, warum ich mich an Gigas Aukon nicht erinnern kann, aber das Aukon ist nicht neu, das Wacko malen, Wacko malen, ich hab, 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 okay, das Aukon kam, jetzt kann ja neu rein, das ist mal ja, so, okay, wir haben neues Paket, wir haben neues Paket, wir haben neues Paket, Level Up Paket, okay, Level Up Paket, vor Kaugen 200, wie war, Level Up Paket, da bekommt man gegen einen netten Mann, gegen Gummy in der Neue Variante, ja, der Gummy in der Neue Variante gefällt mir nicht, ich hätte es besser gefunden, wenn ich noch ein weiblicher Charakter war, aber leider wieder ein männlicher Charakter und ein Gummy, nein, 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 brauche ich nicht umbergehen, ja, die Bisskacke ist Highlight, aber das ist anders, anders, Kaugenbeinung auf die Bach, boah, ist die okay, wenn ihr noch ein bisschen Leveln wollt im Fortnite, holt euch das Banke, da könnt ihr noch ein bisschen Leveln, und, ja, müsst ihr wissen, ob ihr euch das Level Up Paket holt, oder nicht, liebe Freunde, so, was da gibt es da, kürzlich, liebe Freunde, ja, was kann man dann noch, ne, dann gibt es noch ein neues, weiter, also ein neues Level Up Paket und ein neuer Emote gibt es, und, ja, das war's, ja, liebe Freunde, und, ja, dann wollte ich sagen, das war auch mein Fortnite-Ball-Wia-Shop-Video, ich programme bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch einen angenehmen Tag, und gerne gleich mal, tschau tschau, bau bau.